So, und dann mal herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession. Ein bisschen habe ich was getan, aber jetzt würde ich schon mit euch zusammen tun, damit ich mal ein bisschen einfacher quasi arbeiten kann für noch ein paar off-kamera Sachen. So, jetzt gucken wir erstmal, was ich gemacht habe. Also nur eine Kleinigkeit. Ich habe hier, zumindest das ist der Keller im Haus, haben wir hier. Ja, hier haben wir den Keller. Also ich bin nicht wirklich der Schönbauer, das wisst ihr, glaube ich. Von daher würde man auf jeden Fall zeigen, dass es dann doch nicht so hübsch aussieht. So, das da ist hier das Erdgeschoss. Von außen gucken wir gleich. Und hier haben wir noch quasi das Dachgeschoss. Das ist quasi nicht sehr viel. Es soll ja hauptsächlich nur Dekorationen dienen, dieses Haus. Die Einrichtung kommt nach und nach. So, hier haben wir eine kleine Terrasse quasi. Gut. Und hier. Der Haupteingang. So, jetzt gucken wir das Haus mal kurz an. Ja. Ähm, da. Hey. Genau. So schaut das Ganze aus. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt, ich weiß es nicht. Ich könnte gerne mal Kommentare da lassen. Ich bin eigentlich nicht, ich sage es immer wieder, ich bin nicht der Schöne Bauer. Ich kriege das nicht so gut hin. Mal mal da gucken. Dachfenster, das ist ein bisschen, naja, das ist nur Eichenholz, das ist ein bisschen monoton aus, glaube ich. Na gut, mal schauen. Vielleicht hätte ich hier noch ein bisschen was machen können, so ein bisschen Akzente reinsetzen. Na, ich, ich, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ähm. Ist ja auch vielleicht praktisch ein Jetpack zu haben, weil ich nicht mehr da hochstacken muss, aufs Dach zu kommen. Und darum werden wir auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession ein Jetpack bauen. Ich will nämlich eins. So, die Energie habe ich hier nach unten geführt, über so ein Cover-Holo-Dings-Boom-Star von den Mikro-Blocks. Ihr wisst schon, dann gibt es hier unten eine Energiezelle, steht unten, glaube ich, naja, der Pulverweiser steht davor, macht ja nichts. Egal. So, ähm, dann würde ich auch einen Ofen bauen, das machen wir auch zusammen, damit ich hier mal die Erze anständig weiterverarbeiten kann. Das war's eigentlich, glaube ich, das war's. Ich habe nur das Haus gebaut. Und demnächst wird natürlich noch ein bisschen mehr gemacht. Ich will hier begradigen und, äh, Felder anlegen. Ist die Frage, macht das auch auf Kamera? Weil es, Felder, wisst ihr, wie das ist, ne? Das ist, äh, das wisst ihr, wie das ist eigentlich. Mal gucken. Ich schau mal. Ich muss überlegen, wie sie bauen, wo sie hinkommen sollen. Ob ich hier eigentlich nur, ähm, als, im Grunde soll es hauptsächlich Deko sein, hier oben zumindest, äh, dass ich vielleicht nur Weizen anbaue oder soll mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Die muss ja auch noch woanders dahin. Äh, die möchte ich doch erstmal ausleeren. Ich will, sind vier Nuggets, okay, äh, ich will hier noch, äh, die, die Case, die Case, links, Case, links. Ah, ihr wisst schon, die Coverdinger da, äh, die, die, äh, ihr wisst schon, die, äh, die Gussformen da machen, so. Okay, wir fangen jetzt erstmal damit an, dass ich, na, wir machen was ganz anderes gerade. Wie wäre es, wenn ich jetzt zum, er, die Monsterkiste ist da hinten, obwohl ich, äh, egal. Die Monsterkiste ist hier hinten, wenn ich jetzt erstmal eine Enderperle schnappe. Erstmal schnappe ich mir diese Enderperle, weil das ist mir auch noch ein Anliegen. Na, komm her. Und die schmeiße ich jetzt hier rein. So. Gut. Dann können wir uns auch gleich drum. So. Ähm. Ja. Hier ist unser Quats für Erde, für Kies. Erstmal zur Deko, hauptsächlich, ne, ich sag immer wieder. Okay. Äh, erstmal ein Jetpack, möchte ich gerne haben. So. Dazu, ähm, was brauchen wir überhaupt? Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall Kupfer, ein bisschen Zinn, ein bisschen Lett, aber nicht viel Blei, ähm, Eisen vielleicht auch, ich bin mir gerade nicht so sicher. Äh, Gold, dann auf jeden Fall Redstone, ein bisschen Minenweichheit, nur ein bisschen. Ähm. Hier sind auch noch ein paar, das ist drin. So. Ähm. Das brauche ich noch, ich habe keine Ahnung. Das sehen wir dann einfach mal, äh, Sulfur, genau, Sulfur, Sulfur, oder irgendwo hier da, Sulfur. Sulfur. Alles klar, gucken wir mal. So. Äh, Jetpack. Und zwar müssen wir, ich fange hier mit Simply Jetpacks an. Ähm. Das erste ist hier, letzte, äh, genau, ich brauche noch, ich brauche noch, ähm, Leder. Dann, Leder, einscheinbar, vier Leder. So. Okay, guck mal her. Das da, dann das da, dann das da. So, erledigt. Dann, das hier. Eins bitte. Obwohl. Da gibt man ja gleich drei her. So, dann, ähm, dann brauche ich, ähm, Letts und Swaster, zwei Stück davon. Das heißt, zwei Steam Dynamos. Silber habe ich vergessen. Silber. Elektro nenne ich auch mal mit. So. Gehe die ganzen Rohstoffe echt für so ein Jetpack drauf. Das ist heftig. Das ist heftig. Glas fehlt. Glas, Glas, Glas haben wir hier hinten, glaube ich. Ja, da war noch ein bisschen. Okay. Ich muss mal, ah, für mehr Glas sorgen, so wie es ausschaut. Ja, ja, ich muss für Sand sorgen, für Sand, sind Glas. Das ist heftig. Ähm, ähm. Ist mir denn gar nichts da? Das ist jetzt aber doof. Na gut. Ich hoffe, dass es reicht. also da war möchte dann das hier zweimal dann die mama einmal mal gucken ob das reicht die dynamo kupferzahnräder günstig steiner das da kann weg sticks habe ich keine da so weiter geht's ich bin ich bin ich eitel eigen oder wie aber jetzt habe ich achten egal nein brauch ich nicht ich brauche nur vier vier ...ein der Trühstück, was beim Magen tritt... Mist... naja, gut... Egal... Ähm... ...nein wir haben die Samstagmorgen... ...mach aufnehmen... ...also gut... Ne... zweimal... genau... So... Dann... haben wir das, das, das... ...und dann... Was fehlt? Ah... die mit Gold... Okay... Ähm... Nehmen wir noch nicht... Letch... ...da haben wir doch... Wir haben noch alles... ...muss dich selbst bauen... Ähm... ...mhm... Na man... will nicht so... So... ...so... ...Ledstone... ...Led... ...ja... ...zwei Stück davon... ...cool... ...letzte und Jetpack... ...mhm... ...will auch nicht... ...but... ...ähm... ...was was da hier... ...und... ...let... ...hier... ...da... Jawohl... ...let's just back... ...perfekt... ...so das upgraden wir auch gleich... ...hier in einen... ...ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- schön wenn ich mal ruhig frühstücken sollte knurrt hier vor sich hin naja gut ich bin eigentlich der mensch der morgens frühstück seit ihr morgens frühstücken wenn ihr zeit habt also ich leider nicht was ich kann morgens nicht gar nichts morgens aber nichts ist nicht so zwei stück davon das da immer fehlt in war reicht sowieso nicht mehr dann wieder nicht bei 22 22 22 22 22 das ding hier dachte ich mir dass das auch nicht geht also du dahin in war okay in weinware in weinware sind noch gleich zwei davon alles klar so lange ich das zusammenbauen glaube ich ich versuche das gar nicht so soll nicht funktionieren schön für die nächste stufe brauchen wir elektrom habe ich ein bisschen und aber du weise auch für sie kristol habe ich noch nicht die maschine für zeit zuerst bauen das können wir jetzt auch so nach und nach machen kommt da rein und ihr kommt da hin noch da noch da so so